Aber I have a dream, that one day Minecraft will be a rote Faden on this channel. HALT DIE FRESSE MIT DEIN' SCHEIßT DOPSTEPP! Yo, hoferte Zuschauer und herzlich willkommen zu einer wundervollen Runde Hide and Seek hier am Donnerstag. Donnerstag ist ab sofort Minecraft-Tag. Da werde ich gleich mit euch drüber reden, wenn ich einen guten Platz gefunden habe, wo ich mich verstecken kann. Fuck, das ist irgendwie echt ein bisschen schlecht, weil ich kenne die Map nicht. Ich habe keine Ahnung von der Map und ich weiß nicht, wo ich mich da verstecken soll, weil ich bin ja hier so eine dreckige Werkbank und eine Werkbank ist halt schon immer nicht so cool gewesen. Ich gehe mal hier hin. Das erscheint mir doch ganz gut. Ne, hier hin. So, das funktioniert bitte. Mach mich ganz schnell richtig hart, du geiles Ding. Gut, da bin ich auch schon hart geworden, richtig solid, wie man das halt so nennt im Minecraft-Dragon. Und wie normal, herzlich willkommen. Wir machen eine Runde Hide and Seek in Minecraft auf Hive. Und ich habe es gerade eben schon erwähnt, ich habe Hide and Seek aus dem Grunde ausgewählt, weil es ja ganz gut ist, um nebenbei ein bisschen plappern zu können, weil nicht immer so die Mega-Action abläuft. Wer ein Mega-Action-Gameplay möchte von Minecraft, der schaut sich besser das an, das am Dienstag online kam, also das mit dem Dehner. Und ich rede mit Absicht schnell, damit absolut niemand mehr irgendwas versteht. Haha, ist unglaublich witzig. Ne. Zurück zum Thema. Karamellkaffee schmeckt ziemlich gut, meiner Ansicht nach. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Es geht eher darum, dass Alligatoren in tropischen Inseln tatsächlich ziemlich große Probleme mit der Eintagsfliegenpopulation haben. Und deswegen möchte ich mit euch darüber reden, dass ab sofort Dienstags und Donnerstags in der Zone Minecraft kommt. Also das sind ab sofort quasi so die Minecraft Days, die offiziellen. Ich möchte einfach so ein bisschen, es gibt viele Leute, die Bock auf Minecraft haben. Ja, sind wir mal ehrlich. Und es gibt so einen Typen, der hier gerade eben kommentiert, also das bin ich, das Arschloch im Grün, und der hat auch Bock auf Minecraft. Vor allem eben auf diese PvP-Sachen. Genau, ja, red halt noch schneller damit. Gar niemand mehr was versteht, einschließlich mir selbst. Aber I have a dream, that one day Minecraft will be a rote Faden on this channel. Also um es kurz zu machen, ist es einfach so, dass ich Bock darauf habe, Minecraft aufzunehmen. Ihr habt Bock darauf, es zu gucken. Und deswegen wird es jetzt eine gewisse Regelmäßigkeit auf dem Kanal geben. Also nochmal vormerken, immer am Dienstag und immer am Donnerstag, das sind die sicheren Tage, an denen in 90% aller Fälle ein Minecraft-Video online kommen sollte. Entweder PvP oder vielleicht auch mal eine Adventure-Map. Oder wenn ich ganz, ganz crazy verrückt bin und der riesigste Motherfucker neben dem Toypimp, dann vielleicht sogar mal eine Mod-Vorstellung. Und das soll einfach so ein bisschen, ja, so für zwischendurch und wenig Unterhaltung sorgen. Natürlich auch mit anderen YouTubern. Das habt ihr ja jetzt bemerkt. Am Dienstag kam das erste schon online, da war der Dehner dabei. Und auch ansonsten von diesen zwei Gameplays, also wenn nicht beide, dann ist immer mindestens eins mit einem anderen YouTuber. Aber in diesem Fall ist das nur so, weil ich halt nicht will, dass mir irgendjemand wie so eine riesengroße Flaschenbehinderung nebenbei reinschreit. Also, ist jetzt nichts gegen den Dehner, ne? Aber da brüht ja schon ganz schön viel, der kleine Schlingel. Und weil der würde die ganze Zeit hier reinschreien, und dann kann ich ja gar nichts anständig erklären. Was will denn der da jetzt? Verpiss dich! Das ist mein Platz! Arsch! Ist ja wohl nicht zu fassen. Also, Dienstag und Donnerstag, das müsst ihr euch vormerken. Das sind die beiden Tage, an denen Minecraft kommt. Warum erwähne ich das so oft? Ihr seid doch nicht blöd. Ihr habt euch das doch schon längst in den Kalender eingetragen. Lauf bitte weiter, Dankeschön. Kalender eingetragen. Und ja, ich bin Gronkh. Dankeschön, dass das jemand in den Chat geschrieben hat. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ja jetzt auch für die Minecraft Gameplays oder allgemein ein neues Intro am Start ist. Und das hat wieder der liebe Ranger Center gemacht, der auch schon das Intro für montags in der Zone gestaltet hat. Ziemlich geiles Teil. Und ich will einfach mal, dass, falls euch das hier gerade ein bisschen zu langweilig wird, dieses Bild hier, ja, diese Ecke, dann klickt doch mal auf den Link in der Beschreibung. Da ist ein Link direkt zu dem Video, wo es erst auf seinem Kanal hochgeladen hat, also das Intro. Und lasst dort mal einen Like und einen Kommentar da, wie geil dieses unglaublich schöne Teil noch ist. Weil ich habe mir dafür die Seele aus dem Leib geschrien und er hat sich dafür den Schwanz aus dem Arsch rausgearbeitet. Also, ziemlich viel auf einmal. Jedenfalls, mir macht Minecraft wieder richtig Spaß, auch wenn ich hier natürlich eindeutig gewinnen werde. Denn meine Verstecke, die sind wie eine Zecke. Klein, schwarz und in meiner Achselhöhle. Aber das ist ja jetzt auch egal an dem Punkt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, mit welchen YouTubern ihr denn solche Minecraft-Gameplays... Fuck it! Ihr solche Minecraft... Stirb! Hau ab! Geh mir aus dem Weg! Nein! Verdammt! Ich dachte, ich hätte eine Chance, aber ich hatte keine. Also, schreibt mir noch in die Kommentare, mit welchen YouTubern ihr könnt... Minecraft-Gameplays... Ich hab wohl nicht zu fassen. Ich ist ja noch gar nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei! Also, ihr könnt mir auch in die Kommentare texten, mit welchen YouTubern ihr denn gerne solche Minecraft-Sachen noch sehen würdet. Also, ungespielt, denau und sowas sind eh Leute, die ich hoffentlich im Standard-Repertoire haben sollte. Bist du der echte Bekehler-Zone? Nein, ich bin Gronkh. Das stand doch vorher schon im Chat, meine Fresse. Und, ja, das könnt ihr mir einfach mal auch in die Kommentare texten und dann versuche ich die vielleicht zu erreichen oder mehr mit denen zu machen oder weniger mit dem hier, wenn ihr irgendjemand gar nicht leiden könnt. Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr mögt mich nicht mehr, dann schenke ich einfach meiner Mama den Kanal und dann macht die das halt die ganze Zeit. Ach, guck mal! Der ist ja hart drauf! Da hab ich natürlich professionell getroffen. Das mach ich immer so. Also, auch beim Sex treff ich jedes Mal so gut. Es gibt noch fünf Hider. Das ist ganz schön armselig. Ihr leistet ganz schön schlechte Arbeit. Aber gut, ich bin auch nicht besser, weil ich bin nur gut in der Position des Hiders und nicht in der Position of another thing und mein Bauch knurrt ganz schön, ja. Nee. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendein Schlingel, irgendein Ofen, der sich hier so versteckt hat. Man muss ja immer darauf achten, diese Maps sind ja so aufgebaut, dass sie gewissen Schämen, Schämen, da oben. Oder? Oder? Das will ich noch, das will ich noch. Nein! Was, primäre, sekundäre Kraft? Leck mich am Hintern, da hab ich keinen Bock drauf. Da ist ein, da ist ein Schlingel. Ein Schlingel. Gib ihm. Gib ihm. Irgendwas hab ich falsch gemacht. Aber okay, die Hiders haben gewonnen und damit wär's das auch schon wieder. Ich weiß, ein kurzes Gameplay in diesem Fall. Aber, ach was, komm, das ist mir zu kurz. Wir machen noch eine Runde. Bis gleich. 15 Sekunden. Ei, 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 ei. Dann wird das Verstecken wohl Grandin laut sein. Der Freakzone LP will ein Rind von mir hier. Und das geb ich die hier hier und ich bin nee, oder? Achso, ich dachte gerade eben schon, ich wär hier von Anfang an der, ihr wisst schon was, ne, der Typ, der suchen muss. Der Seeker, der Detective. Und das ist ein scheiß Map für einen Holzblock. Wenn ich das mal so sagen darf. Eine echt beschissene Map für einen Holzblock. Hallo, ich kenn die halt auch alle nicht. Das ist echt so ein, so ein Nachteil. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und, ey, Leute, mein Magen knurrt so dermaßen sich einen ab hier. Das ist so eklig. Oh, ist das eklig. So, hier. Da, schnell. Mach dich solid. Mach dich solid. Mach dich solid, snake. Da wird man mich eh erkennen. Das ist ein richtig schlechtes Versteck. Vor allem, wenn der Typ sich da direkt nebendran stellt. Was läuft denn bei dir für ein verfickter Film? Da muss ich dich wirklich direkt mal beleidigen. Also, ja, wir machen hier nochmal kurz eine Runde oben drauf. Ich dachte mir so, nee, komm, dass sie jetzt wirklich irgendwie sechs Minuten nur Informationen rausgehauen. Dann kann man auch mal so ein bisschen harte Action machen und sich mit keinem Gast über Themen unterhalten. Aber Gott sei Dank hab ich ja meine schizophrene Seite am Start. Meine Persönlichkeitsstörung, den Walter. Walter, erzähl doch mal, wie geht es dir so? Ja, äh, es ist so, dass, ähm, mit der aktuellen Wirtschaftslage... Ja, ist ja auch wundervoll, dass wir gerade irgendwas über die Wirtschaftslage erzählt hast, mein lieber Walter. Ich bleib lieber mal einfach hier stehen und warte darauf, dass mich irgendjemand richtig hart von hinten nimmt. Also, so wie jeden zweiten Mittwoch, wenn ich am Einschlafen bin und dann kommt immer... Dann kommt... Dann kommt immer der... Der... Oh Gott! Dann kommt... Dann kommt immer der... Der Simon vorbei. Der ungespielt. Und, und... Alter, mein Magen knurrt so dermaßen. Das ist echt nicht mehr zu fassen. Ich muss unbedingt was zu Abend essen. Boah, aber wir haben auch schon fast 21 Jahre und ich glaub, ich hab echt nix zu Abend gegessen. Wie kann man sowas Essentielles, sowas Wichtiges vergessen? Ich weiß es nicht. Das hat Zocken halt ab und zu so an sich. Dass man Dinge vergisst. Hab ich eigentlich schon erzählt, dass jetzt jeden Dienstag und Donnerstag Minecraft auf meinem Kanal kommt? Nein? Und dass das neue Intro von Ranger Center ist? Der Ding steht in der Beschreibung und ihr könnt das liken und so. Hab ich das erzählt? Jeden Dienstag und Donnerstag Minecraft Days in der Zone? Hab ich das? Hab ich das erzählt oder hab ich das nicht erzählt? Hm. Hab ich das jetzt... Boah, ey, ich weiß gar nicht, ob man das... Oh, 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 oh. Guck dir diesen Schlingel an! Was der große Schlingel kann! Hui! Hui! Gib Gas! 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 Sieht er mich noch? Hat er mich? Ne, hat mich nicht. Geil. Kann ich auf nem Bett solid werden? Ne, gell? Eher weniger. Was mach ich denn jetzt? Ich werd mal einfach hier. Ne. Die Map ist auch, finde ich, für die Seeker echt ein bisschen kacke. Weil die so mega gut... Ja, äh, hier versteck ich mich. Das ist echt schlecht. Ich weiß gar nicht, wie ich an dem vorbeigekommen bin. Mann, war das ein schlechter Typie. You are now a solid lockblock. I'll say derp if a seeker pass you. Nein, ich sag sicherlich nicht derp, wenn ein Seeker an mir vorbeirennt. Also hier drinnen in dem Raum ist auch eh ein ultramieses Versteck. Äh, deswegen lauf ich mal besser wieder raus. Weil das ist mir echt... Die Räume sind echt scheiße, um sich zu verstecken. Hallo. Ich renne hier mal ein bisschen rum. Geh hier mal nicht in die Ecke. Hallo. Na. Ist der schlecht, Alter? Ist ja nicht zu fassen, wie schlecht der ist. Ich renne hier gechillt durch die Gegend. Ach, das ist die Map. Ne, da kann man sich gut verstecken. Das hab ich doch... Ich glaub, das ist die Map, die ich mit Ungespielt gespielt hab. Ich weiß, das reimt sich... Hallo. Ist das geil, wenn man einfach nur an denen vorbeirennt? So richtig trollmäßig. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Hallo. Niemand ist hinter mir her. Ich bin ein rumlaufender Holzblock. Ui, ui, ui. Mach mal auf. Mann. Äh, da... Oh, mega gut. Hier, geht das? Geht das hier? Mach mal. Das ist ja voll das geile Versteck, wenn das funktioniert. Aber es könnte sein, dass wir hier blockiert sind, oder? Mal gucken. Ach, nö. Geil. Ich glaube, die Runde gewinnen wir. Ich glaube, die Runde wird ziemlich sicher gewonnen. Und solange lese ich euch mal kurz die Beschreibung von meinem Kaffee-Latte-Karamell von Emi hier vor. Ich habe den keinen Werbevertrag, aber vielleicht ist es sehr interessant. Die ist nämlich auf... Also hier jedenfalls ist Französisch und ich kann kein Französisch. Da steht Ja, ich höre mal wieder auf. Lassen wir das mal an der Stelle hier. Übrigens, natürlich werden auch die Minecraft-Runden wieder ab und zu mit Facecam dazukommen. Ich will nur, dass das was Besonderes bleibt. Und eben hauptsächlich bei so Sachen wie One in the Chamber, wo ich mich wirklich aufreg. Das wird jetzt vielleicht, denke ich mal, nächste Woche kommt vielleicht mal wieder eins mit Facecam, aber es kommt eben nicht immer was mit Facecam, ja? Das Format, wo ich mich wirklich hauptsächlich zeigen möchte, sind Horror-Gameplays und Montags in der Zone. Wenn du Montags in der Zone nicht kennst, dann hast du gern schon was verpasst in deinem Leben, denn das ist die Vlogshow, die dich richtig geil macht. Und ja, das artet hier so ein bisschen zu einer Dauerwerbesendung aus. Ich habe das jetzt bestimmt auch inzwischen schon oben links eingeblendet, aber ich meine, ich muss ja über irgendwas reden, wenn ich hier mich verstecke und rumsitze und absolut nichts zu scheißen habe, weil diese Seeker einfach so mega schlecht sind. Ich meine, sieben Haider, zwei Seeker, da sieht man ja schon am Verhältnis, dass das Shit ist. Und da geht es noch zehn Sekunden, das heißt, das Video hier ist gleich vorbei. Ich hoffe, euch haben diese zwei Runden Hide and Seek gefallen. Wie gesagt, falls ich sie nicht erwähnt habe, dann vergesst das nicht. Dienstag und Donnerstag, Minecraft Days, lasst ein Like und einen Kommentar da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Also, in die Kommentare sollt ihr schreiben, welche YouTuber ihr noch so dabei haben möchtet bei meinen Minecraft-Sachen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschau, 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 reingehauen. Outro